Vielen Dank. Ich glaube, ich spreche im Namen vieler. Du hast uns richtig auf Appetit gebracht. Nicht nur auf Schokolade, sondern dass es sich lohnt, auch als Erwachsenen mal darüber nachzudenken, was wir noch alles tun können. Ich freue mich, wenn wir danach vielleicht wirklich eine Initiative hinbekommen, dass wir, wir haben schon ein paar Bäume gepflanzt, auch ein paar Bäume schon erhalten. Und sind die Baumzähler? Ja, eben noch nicht. Tue Gutes und rede darüber, aber die Tat ist so wichtig. Und ich denke, du hast uns richtig Appetit gemacht, uns weiter dann auch Richtung Klimaschutz zu bewegen. Ohne, das geht es halt nicht.